Willkommen zur dritten Folge von 18 Alola-Eier oder auch kontinentale Eier. Leider bin ich bei dem einen schon drauf gekommen, das ist jetzt schon geschlüpft. Das war ein Alola-Kleinstein wieder mal, aber wir machen gleich weiter, denn acht Stück haben wir noch, die aufgehen. Das Sternstück ist diesmal natürlich auch aktiv, haben wir diesmal nicht vergessen, das wechselt sich immer ab. Einmal vergesse ich es, einmal nicht. Und da ist ein Alola-Dicta im Ei. Wir drücken die Sätze auch jetzt nicht durch. Wir blenden ja sowieso die Bewertung ein und gehen einfach weiter, denn wir haben keine Zeit, ihr wisst es. Wir müssen immer weitermachen, neun Eier auf jeden Fall. Und wie ihr seht, starten wir immer im Dunkeln und die nächsten neun kommen dann natürlich immer tagsüber im Hellen. Und ein Alola-Mauzi, wo wir jetzt auch schon zehn Millionen davon haben. Aber gut, die kann man ja trotzdem mal tauschen oder mal entwickeln oder was man sonst so damit macht. Einfach wegschmeißen, geht auch. Und da ist das nächste Tauros. Und da reizt es mich jetzt schon. 1200 Staub. Hat aber leider nur den zweiten Satz. Schade. Da hätte ich gern natürlich eins, was über 90 Prozent hat. Und das würde ich sogar auch mal hochziehen. Genauso wie ein gutes Kangama. Und schon wieder Mauzi. Ja, nachts sind alle Katzen grau, wie man sieht, denn das Mauzi sieht ja auch so aus. Aber weiter geht's. Ein paar Eier sind noch da. Und ein Sandan. Darüber freut man sich auch nicht wirklich. Wulpix wäre natürlich noch schön, weil das ja trotzdem auch seltener ist als Alola-Vieh. Aber gut, haben wir ja trotzdem jetzt auch schon einen Lucky Wulpix. Und das nächste Kontinentale. Wieder mal ein Pandimos. Aber auch nur den zweiten Satz. Also auch nicht der Rede wert, denn wir haben ja auch ein paar Hunder da schon von Pandimos. Deswegen machen wir weiter. Gleich müsste es auch zu Ende sein. Nochmal ein Sandan. Ich kann schon kaum noch reden hier. 675. Hat den besten Satz. Vielleicht ist ja auch mal ein Hunderter dabei gewesen. Wie gesagt, Bewertung muss ich mir später dann angucken. Und es wackelt, es wackelt. Ein Porygon, was weder Alola ist noch Kontinental, aber trotzdem mit dabei. Angeblich in Vorbereitung natürlich auf Generation 4. Habe ich irgendwo gelesen. Auch bester Satz. KP, Angriff, Verteidigung. Sind die besten, die ich hier gesehen habe. Also ein Hunderter Porygon. Richtig krass. Das markiere ich mir hier gleich mal. Ich hoffe, ich habe mich auch nicht verlesen. Eine Hunderter dran schreiben. Also damit kann Generation 4 natürlich kommen. Und das waren wirklich jetzt alle Eier. Das war nochmal ein Highlight zum Schluss. Nach Porygon gibt es ja Porygon 2 und dann Porygon Z. Also kann kommen, kann ich gleich durchentwickeln. Bonbons sind auch da. Das Sternenstück läuft noch 5 Minuten. Und die Reise geht natürlich auch weiter. Ich drehe mich mal kurz hier. Denn da steht der Bus, das große Taxi. Diesmal hat man auch das Nummernschild nicht gesehen, weil es dunkel ist. Und wir sehen uns wieder bei den nächsten neuen Eiern. So, da sind wir zurück mit den zweiten neuen 7 Kilometer Eiern. Das klingt verwirrend. Also wieder 7 Kilometer Eier, aber die zweiten neuen Stück von den 18. Diesmal ist auch der Tobi Gay dabei. Und hier, den kennt ihr auch noch, der Zahnfett, die in Blau. Und der Nino, oder auch aka Horn-Schwuggele. Oder Horn-Schwuggele. Horn-Schwuggele. Auch wieder dabei auf jeden Fall. Gucken wir uns jetzt mal an, was in die Eier drin ist. Ich freue mich ja immer natürlich auf Taurus und auf Kangama. Liebt mich. Und das erste Kontinentale wieder. Ein Pandimos. Weil das ist nämlich richtig nice. Das muss man sich gönnen. Pandimos ist halt einfach ein guter Satz. Zweiter Satz natürlich nur. Und sofort, oh hier, hat man schon gesehen, der Strich blüht wieder. Da sind drei Lokmodularen, von denen wir nichts haben, weil wir sitzen ja hier und brüten Eier. Ein Sandan, ein weißes. Und mir ist heute aufgefallen, in der Roderer-Gruppe hat sich auch jemand gefreut. Bester Satz übrigens. Hat sich auch jemand gefreut über einen Taurus. Und das war sogar ein 100% Taurus bei Bingilotta. Aus den Eiern. Also das ist natürlich richtig krass. Das hätte ich auch gerne gehabt. Weiter geht es mit einem Slimer. Und das ist nicht shiny. Das ist nur Alola. Ein shiny habe ich leider noch nicht. Würde ich aber gerne noch haben. Aber so wie ich momentan spiele, wäre das eh nichts. Jetzt kommt das vierte Ei. Oh, wieso ist das jetzt so laut hier? Ein Porrender. Da gibt es wieder einen Bing. Wieder einen Punkt dazu. Nochmal ein Porrender. Mit dem zweiten Satz. Aber kein Problem. Wir haben ja schon ein 100%iges. Beziehungsweise zwei. Aber zum Tauschen ist das natürlich cool. Wer auch welche hat, vielleicht wird es ja noch glücklich. Ein Diktar ist dabei. Mit drei Haaren auf dem Kopf. Das ist ein Diktar. Das ist ein Diktar. Das ist ein Diktar. Auch wieder nur zweiter Satz. Und das nächste Ei. Ihr seht im Hintergrund noch ein Alola Rappfratz, was da rumsitzt. Das können wir uns gleich danach noch angeln. Und nochmal ein Diktar. Immer noch drei Haare auf dem Kopf. Mit zweiter Satz. Gab es auch nur 1000 Sternstaub. Also jetzt habe ich schon wieder das Sternstück vergessen. Aber das fällt mir erst ein, wenn die Eier dann geschlüpft sind. Du hast das Sternstück vergessen. Ja. Das vergesse ich immer. Aber Tauros, das werde ich nicht vergessen. Denn davon träume ich noch nachts. Mit 13,63. Hat. Auch leider nur den zweiten Satz leider. Über 14 muss es. 14,21 ist glaube ich das 100er gewesen heute. Das werde ich hier nochmal einblenden. Und ein Slimer, was mit Kastanien wirft. 711. Mit allen Aufnehmen, Angriff. Leider auch kein 100er da. Das wäre natürlich auch cool. Finde ich auch richtig nice als Pokémon. Wo ich immer noch hoffe, dass das nochmal zum Community Day irgendwann kommt. Und ein Mauzi, was wirklich keiner mehr braucht. Aber gut, das Mauzi ist wenigstens nicht so esslich. Wie die Weiterentwicklung davon. Deswegen lieber Mauzi als Nobili Cat. Cut, wie auch immer. Das waren schon wieder neun Eier. Und wir machen nochmal den Shiny Check hier beim Slimer. Leider nichts. Aber das nehmen wir gleich noch mit. Großartig. Mit einer Hand. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon für dieses Mal. Wir sehen uns wieder morgen in der Folge 4. Weil das sind glaube ich die 3. Ich blick langsam eh nicht mehr durch. Und bis dahin natürlich. Slimer noch schnell weggedrückt. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Die nächsten Eier kommen bestimmt.